Hallo, meine Leute. Heute bin ich ein Chinami in Deutschland. Ich bin in Deutschland. Ich bin in Deutschland. Hallo, wie geht's dir? Ich wohne in Hamburg. Ich wohne in Hamburg. Norge? Ja, genau. Aber... Wann reisen Sie in Vietnam? Ich bin seit zwei Wochen hier. Ah, drei Wochen. 14 Tage. Und ich fliege am 17. 17. Ja, genau. Wow. Sie reisen viele Städte in Vietnam. Ja, ich war in Turchimien. In Hoi An. Danach, Ninh Binh. Und jetzt bin ich in Hamburg. Vietnam ist sehr lang. Ja, sehr groß. Was start Sie mögen, die Bürger? Ich liebe das Essen hier. Wann wie? Start. Was start Sie mögen? Ja, das Essen. Nein, nein. Was start? Start. Wie ist das? Wo ist das? Wo ist das? Warum? Weil der Flug dahin am besten war. Und dann vom Süden in den Norden zu reisen. Das am besten. Das Beste ist... Keine Kant. Keine Kant. Ja. Ich liebe... Ich lebe... Ich lebe in... Auch in der Volkswagen-Stadt. Ah. Ich denke... Ich bin an... Anwand. In... In... Volkswagen. Anwand. Ja. Cool. Na, du? Ich bin zur Schule gegangen und jetzt habe ich meine Schule beendet im Mai. Und jetzt reise ich ein. Also ich habe noch keinen Ausbilder oder Studium angekommen. Ja. Ja, ich gehe mal.